Was ist denn so gut? Ähm, ja, da müssen wir echt noch was einfallen lassen. Weil, solange wir jetzt noch keine Gegenbank hier eingeführen, müssen wir irgendwie so eine Gegenbank finden. So ist ihr seid hinterstellt. Ja, ja, das ist ja... Ja, mal gucken wir da am besten, äh, ja. Da weißt du da aus. Ich schaue mich einfach mal auf, oder? Ja, ich schaue mich einfach mal auf. 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 Ja, es fällt zufällig, dass unsere Güle auch, das würde voll gepasst. Ich muss ja sein, dass ich ein Name, ein Name und ein Name, in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Die Rock'n'Roll Hall of Fame. Wir spielen Gitarren und spielen die Spiel, bei der Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich denke mal, dass gar nicht eine gute Idee ist, denn wir haben das Recht. Vielen Dank, Jürgen. Aber die Kosten werden natürlich aus. Ich bin wieder in der Gegend. Das wäre das wahrscheinlich meiste. Dann lass Lazy-Kleifung kaufen. Und ja, wenn wir jetzt mit unserer Kuppe immer was finden, keiner von der Uhr raus, dann schicken wir dir das einfach von dem Zoo. Aber ich, ich nehme ja überhaupt alles mit dem Zoo. Und ja, was dazu? Und dann habe ich vielleicht noch ein Verhalten zu dir. Und ich habe das Video. Ähm, ja, dann kaufen kannst du, wenn du keinen Abnehmer findest. Und alle mit Color. Ja, also Leute, Equipment kriegt nur einen, ich konnte es noch betrifft, aber dann habe ich mir schon, ich weiß nicht, ne? Ja, ja, schon. Also Manga ist klar, logisch, kriegt Geschenke, ansonsten, äh, ja, Verkaufs und Sanktikobel, ne? Und kein Handy, oder? Ich weiß, du willst lieber im Rating der Sachen, die ich verkaufe, als drückliches Handy reinzugehen. Aber wir haben keinen Sankt mit Vero. Sehr krank. Schon zu lange, wenn ich mir was sag. Also, ich kann hier noch mit Vero. Und das sind die Länge nicht auf dem Rating. Und ich kann hier in Rating. Ich kann hier nicht auf dem Rating. dass du mit Mackerel 가henst. Und mit C, C, E, W, und Sch�s. Pornstar, I promise that I'll take you to the paradise of Hazzle again and again. We're playing this game, we wanna see your name. And the Rock'n'Roll Hall of Fame. The Rock'n'Roll Hall of Fame. I'm playing guitar, I'm playing a game. But for the Rock'n'Roll Hall of Fame. I'm playing guitar, I'm playing a game. But for the Rock'n'Roll Hall of Fame. I'm playing guitar, I'm playing a game. But for the Rock'n'Roll Hall of Fame.